3. Liebe Studenten, auf der Tafel 3b1 geht es auch wieder um die Wechselpräpositionen bei Lokalangaben. Und zwar haben wir hier typische Fälle aufgelistet, um Ihnen das Lernen zu erleichtern. Aber ich muss sagen, diese Auflistung ist nicht vollständig, aber am Anfang für Sie hilfreich und wichtig. Und zwar geht es wieder um die Frage, Adverben woher, wo und wohin und die dazugehörigen Präpositionen nach Kategorien geordnet. Wir beginnen mit Länder und Städte. Woher kommen Sie? Ich komme aus Deutschland. Ich komme aus München. Wo leben oder wohnen Sie? Ich lebe in Deutschland. Ich wohne in München. Wohin gehen Sie oder wohin fahren Sie oder wohin fliegen Sie? Ich fliege nach Italien, nach Frankreich, nach Paris, nach London. Aber ich fliege in die USA. Also Länder, die ein Artikelwort haben, haben die Präposition in plus Akkusativ. Die zweite Kategorie Plätze, Flughafen, Bahnhof. Ich komme vom Bahnhof. Ich bin am Bahnhof. Ich fahre zum Bahnhof. Die Kategorie Wasser. Meer, See, Fluss, Strand oder Wasser. Ich komme vom See oder ich komme vom Strand. Ich gehe bei schönem Wetter an den Strand. Ich fahre an den See und ich bin, wo bin ich? Ich bin am Meer. Ich mache Urlaub am Meer, an einem See, am Strand. Die Kategorie Berge oder Gebirge. Woher kommst du? Ich komme aus dem Gebirge. Ich komme aus den Bergen. Wo lebst du? Ich lebe im Gebirge oder in den Bergen. Und wohin fährst du in Urlaub? Ich fahre in die Berge. Ich fahre ins Gebirge. Bank, Post. Woher kommst du? Ich komme von der Bank oder auch aus der Bank. Von der Post. Wo bist du? Ich bin gerade in der Bank. Ich bin in der Post. Und wohin gehst du? Ich gehe zur Bank. Ich gehe zur Post. Oder wir sagen noch auf die Bank. Auf die Post. Dann aber mit Akkusativ. Das Land im Gegensatz zur Stadt. Woher kommst du? Ich komme vom Land. Wo wohnst du? Ich wohne auf dem Land. Und wohin fährst du? Ich fahre auf das Land. Also Akkusativ oder kurz. Ich fahre aufs Land. Zu Hause. Woher kommst du? Ich komme von zu Hause. Wo bist du gerade? Ich bin zu Hause. Und wohin gehst du nach der Arbeit? Dann gehe ich nach Hause. Reiseausflug. Ich komme von einer Reise. Also woher? Wo bist du gerade? Ich bin gerade auf einer Reise oder auf Reise. Und wohin gehst du? Wohin fährst du? Ich fahre. Ich gehe auf Reise. Zweck, Ziel. Zum Beispiel Reparatur oder Reinigung. Woher kommst du? Ich komme gerade von der Reinigung. Wo bist du? Ich bin gerade in der Reinigung. Und wohin gehst du? Ich gehe in die Reinigung. Ich bringe aber meinen Mantel zur Reinigung. Ich fahre zur Reparaturwerkstatt. Und ich bringe mein Auto zur Reparatur. Bei Personen. Woher kommst du? Ich komme von Peter. Ich komme von Familie Müller, von meinen Eltern. Wo bist du gerade? Ich bin gerade bei Peter. Ich bin gerade bei meinen Eltern. Ich bin gerade bei Verwandten. Und wohin gehst du? Oder zu wem gehst du? Ich gehe zu meinen Eltern. Zu Peter. Zu den Verwandten. Zum Arzt. Dankeschön.